Hier sehen Sie das Entgrat-Center von Mössner. Das ist eine Entgratanlage zum Entfernen von Graten und Flittern von Aluminium- und Druckgussteilen. Interessant ist die Anlage für Gießereien und Hersteller von Gussteilen aller Art. Das Besondere an der Anlage ist, erstens, der kinematische Aufbau, zweitens, die kompakte Bauform und drittens, die Anpassungsmöglichkeiten. Das Entgrat-Center ist eine platzsparende und flexible Alternative zu herkömmlichen Roboterzellen.